Der BUNJES ist der führende, gebundene Umsatzsteuerkommentar in jährlich erscheinender Neuauflage. Das heißt, der Leser ist immer auf dem neuesten Stand. Es wird das gesamte Umsatzsteuerrecht erläutert, einschließlich des Unionsrechts, einschließlich auch der Berührungspunkte zu anderen Rechtsgebieten, wie zum Beispiel dem Insolvenzrecht und dem Gesellschaftsrecht. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Darstellung der Rechtsprechung und der Verwaltungsauffassung. Aber auch gewichtige Stimmen im Schrifttum werden abgebildet und es werden weiterführende Hinweise für die Einarbeitung in die einzelnen Rechtsprobleme gegeben. Hervorzuheben ist dabei, dass der BUNJES die Dinge aus unterschiedlicher Perspektive belichtet, denn zum Autorenteam gehören nicht nur Richter des Bundesfinanzhofs, sondern auch wirklich ganz herausragende Experten aus der Steuerberatung. Der BUNJES ist in erster Linie ein Praktikerkommentar. Das heißt, er richtet sich an all diejenigen, die in ihrer täglichen Arbeit mit dem Umsatzsteuerrecht befasst sind. Das sind Steuerberater, Rechtsanwälte, Wirtschaftsprüfer, aber auch Richter und Finanzbeamte und nicht zuletzt die Mitarbeiter in den Steuerabteilungen von Unternehmen. Ich befasse mich seit nunmehr über 30 Jahren mit diesem spannenden Rechtsgebiet und habe die Möglichkeit gehabt, es aus unterschiedlichen Blickwinkeln kennenzulernen. Zunächst als Sachgebietsleiter eines Finanzamts für Groß- und Konzernbetriebsprüfung, als Ministerialbeamter, viele Jahre als Richter am Finanzgericht und seit nunmehr 15 Jahren als Richter am Bundesfinanzhof. So viel Zeit verbindet, aber das Umsatzsteuerrecht ist ein faszinierendes und dynamisches Rechtsgebiet. Gerade die Anbindung an das Unionsrecht bringt immer wieder neue Fragestellungen mit sich und die bereits angesprochene Anknüpfung an andere Rechtsgebiete, Stichwort Insolvenzrecht, Stichwort Gesellschaftsrecht, macht die Sache nur noch interessanter. Stichwort Insolvenzrecht